Willkommen zurück. So, das war ja ein toller Kampf da unten. Und eigentlich wollte ich da rausschneiden. Ich weiß auch noch nicht recht, ob ich es mache, aber das werde ich dann ja gesehen haben. Oh, aber jetzt ein schwerer Satz. Ist auch schon später hier. Aber egal. Wir wollen ja mal endlich mal wissen, was jetzt los ist hier mit dem Geheimnis. Den geheimen Steinen. Oh, ein Seil. Oh, ein Schatz. Mist. Das ist jetzt egal, wohin ich springe. Ich bin erstmal tot. Ich glaube nicht, dass er sein erreichen kann. Ja, genau. Ding. Mit der Füße gepackt, den Schatz. Geil. Wie, ich dachte, ich bin schon im Turm. Mann. Oh, 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 oh. Tschüss. Du siehst mich nicht. Du müsstest, er sieht seinen toten Kollegen. Aber interessiert ihn nicht. Geil. Jetzt packe ich mir den. Stirb. Munition. So. Penis. Lala. Fenster, was fehlt. Häng nicht mal dran. Oh, jetzt sogar runter mit dir. Nur was hat es für einen Sinn? Vielleicht die um die Ecke? Ja, schon nicht schlecht. Abel. Er wird mich sehen. Oder sieht er mich nicht? Nur noch ein Schuss. Der guckt ja zur anderen Seite. Jetzt guckt er nach vorne. Jetzt guckt er zur anderen. Jetzt guckt er hier hin. Jetzt guckt er rüber. Jetzt guckt er hier hin. Jetzt guckt er runter. Jetzt guckt er gerade aus. Jetzt guckt er runter. Jetzt guckt er zur anderen Seite. Genau. Ich bin nicht im Blickwinkel. Ich grüße sie. Muni. Eine Fluchttür. Wenn die aus dem Haus raus wollen, fallen die direkt in den Fluss oder was da auch immer ist unten. Mal als Ränder hoch. Komm. hoch mit dir. Ja, manchmal sieht es ein bisschen komisch aus, wenn er da springt. Aber es haut hin. Und noch bin ich unentdeckt. Geil. Rotes Balken? Ne, geht nicht. Oh, was ist denn da los? Stimmt, worauf schießen sie? Oh. Krass. Was zum Teufel war das? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Mäßchen, in der Zeit hätte ich die dort töten können. Cool, es geht. Bleib da stehen. Mann, mit Maske. Juhu. Oh, ne, da liegt ein Hammer. Da liegt der Hammer. Warum nicht ein Hammer? Bestimmt dicke Gegner, die gleich kommen. Also ich meine die Waffe, die da auf dem mittigen Stein liegt. Komm her. Ja, sehr schön. Was machen die denn? Ich höre ihn. Geil. Ja, woher kam's? Nein. Das tut er. Super gemacht. Er hat auch den Hammer. Oh, jetzt nehme ich mir den. Her damit. Fuck. Jetzt dreht er sich. Es ist vorbei, Dreck. Dreck. Komm, du kannst kommen. Hä? Tod. Spitze. Augen offen halten. Halte die Augen offen. Jetzt. Das klappt doch immer gut. Tschüss. Ah, da hinten ist noch einer. Das ist schon der, der mit dem Hammer rumschießt. Das krieg ich doch nie mehr so hin wie gerade. So, egal. Ich schleiche mich mal hier rum. Mit kalten Händen kann man ja besonders gut klettern. So, jetzt kommt zu mir, wenn du sterben willst. Hey, was macht der? Voller Action-Typ. Tod. Boah. Ich dachte schon, der rollt als Runa. Oh. Nein, bleibt da bloß stehen. Nein, der dreht sich. Tod. Ja. Tensei. Ups. Meine Schublade war ein wenig. Schublade. Ich muss auch mal eben was getrunken. Meine Spiel-Cola. Da hinten ist nur einer. Aber ich kacke jetzt eh ab, Mann. Da liegt ein Hammer. Na, viel mehr möglich, dann habe ich auch gar nicht. Ja, komm runter. Ich will den erwischen, ohne das, ne? Ohne gesehen zu werden. Lauf. Geil. Ninja-Meister. Dilling. Sie haben eine Trophäe verdient. Ninja-Meister. Komm, die Soldaten ist gar nicht mehr. Wie geil ist das. Ja, leck mich doch am Arsch. Ich bin der Ninja-Meister. Und hat erst ziemlich weit hinten in den Kapiteln. Nächster Raum. Nächste Gegner. Wo sind sie? Aber ich glaube...